Sind Sie bereit, Ihre Träume in die Realität umzusetzen? Stellen Sie sich eine einfache Technik vor, die Ihnen dabei helfen kann, Ihre tiefsten Wünsche im Schlaf zum Ausdruck zu bringen. Nur zwei Worte vor dem Schlafengehen können Ihre Träume und Wünsche ansprechen und sie wahr werden lassen. Anstrengung und harte Arbeit sind wichtig, aber es ist ebenso wichtig, Ihre Ambitionen aufeinander abzustimmen. Wenn Ihre spirituelle Ausrichtung nicht stimmt, selbst wenn Sie sehr intelligent sind, liegt hier das Geheimnis. Es geht darum, Ihre Absichten mit Ihrem Unterbewusstsein in Einklang zu bringen und so den Weg zu Fülle und Erfolg zu ebnen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Menschen ihre Wünsche mühelos verwirklichen können, während andere ständig Schwierigkeiten haben? Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viele Menschen ein entspanntes Leben führen, alles erreichen, was Sie wollen und in Fülle und Frieden leben? Es geht nicht nur darum, ununterbrochen zu arbeiten. Selbst äußerst erfolgreiche Menschen standen schon einmal vor diesen Herausforderungen. Aber rate mal was. In diesem Video werde ich eine sehr effektive Technik vorstellen, die Ihnen hilft, Ihre Angst vor dem Scheitern zu überwinden und echte Fortschritte auf dem Weg zu Ihren Zielen zu machen. Vertrauen Sie mir. Das wird großartig. Begleiten Sie mich, wenn wir diese kraftvolle Zwei-Wort-Technik erforschen, um Ihnen den Weg zur Erfüllung zu ebnen. Bevor wir die Technik näher erläutern, wollen wir zunächst verstehen, warum sie funktioniert. Bevor wir uns mit der Technik befassen, ist es wichtig, die wissenschaftliche Grundlage dafür zu verstehen, warum sie funktioniert. Unser Gehirn ist ein unglaublich leistungsfähiges Organ, das unsere Realität auf tiefgreifende und oft unterschätzte Weise beeinflussen kann. Ich werde zuerst auf wissenschaftliche Weise in einfachen und klaren Worten erklären. Das Unterbewusstsein ist ein Teil unseres Gehirns, der unterhalb der Ebene des Bewusstseins operiert. Es steuert automatische Funktionen und innere Prozesse wie Atmung und Herzschlag, speichert aber auch unsere Überzeugungen, Erinnerungen und Gewohnheiten. Laut neurowissenschaftlichen Studien kann das Unterbewusstsein Informationen 500.000 Mal schneller verarbeiten als das Bewusstsein. Das bedeutet, dass es eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unseres Verhaltens und unserer Wahrnehmung spielt. Wenn Sie vor dem Schlafengehen eine Affirmation oder Absicht wiederholen, nutzen Sie den Zeitraum, in dem das Gehirn am anfälligsten für Einflüsse ist. Während der ersten 20 Minuten des Schlafes geraten wir in einen Zustand, der als hypnagogisch bezeichnet wird. In diesem Zustand ist der Geist sehr empfänglich für Anregungen, da wir uns zwischen Wachheit und Tiefschlaf befinden. Ich muss Ihnen auch erklären, dass Neuroplastizität die Fähigkeit des Gehirns ist, sich durch die Bildung neuer neuronaler Verbindungen im Laufe des Lebens neu zu organisieren. Wenn wir eine Absicht oder Bestätigung wiederholen, programmieren wir unser Gehirn buchstäblich neu. Durch die ständige Wiederholung einer Nachricht entstehen neue Nervenbahnen, die den Glauben oder die Absicht in unserem Unterbewusstsein verstärken. Untersuchungen zeigen, dass wir durch Wiederholung und Visualisierung unser retikuläres Aktivierungssystem, SAR, beeinflussen können, das für die Filterung der Informationen verantwortlich ist, die wir für wichtig halten. Wenn Sie Ihren SAR vor dem Schlafengehen mit Ihren Absichten programmieren, trainieren Sie Ihr Gehirn, nach Möglichkeiten zu suchen, die mit diesen Zielen in Einklang stehen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Studien von Universitäten wie Harvard und Stanford zeigen, dass Visualisierungspraktiken und positive Affirmationen die Chancen, persönliche und berufliche Ziele zu erreichen, deutlich erhöhen können. Eine im Journal of Applied Psychology veröffentlichte Studie ergab, dass Personen, die Selbstbestätigungstechniken anwenden, belastbarer sind und eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Indem Sie Ihre Absichten mit Ihrem Unterbewusstsein in Einklang bringen, insbesondere mit der Zwei-Wort-Technik vor dem Schlafengehen, nutzen Sie eine Zeit erhöhter Gehirnaufnahmefähigkeit. Ständige Wiederholungen verstärken diese Absichten in Ihrem Gehirn und formen Ihre Wahrnehmungen und Verhaltensweisen, um Chancen und Wege zum Erfolg zu schaffen. Kurz gesagt, die Wissenschaft zeigt uns, dass Sie mit dieser einfachen Technik die Kraft Ihres Unterbewusstseins nutzen, um Ihre Träume in die Realität umzusetzen. Es ist eine Praxis, die auf Prinzipien der Neurowissenschaften und Psychologie basiert und deshalb funktioniert. Kommen wir nun zum wichtigsten Teil, der praktischen Anwendung dieser leistungsstarken Technik. Passen Sie auf, wir sind alle tief miteinander verbunden und wir werden mit der Fähigkeit geboren, unglaubliche Dinge zu erreichen und zu visualisieren. Armut liegt nicht in unserer Natur. Tatsächlich ist keiner von uns dazu geschaffen, in Mangel zu leben. Es kommt nur darauf an, wie uns das Denken beigebracht wurde. Aber rate mal was. Wir haben die Macht, dies zu ändern. Es kommt darauf an, diese Denkweise zu ändern. Wenn Sie anfangen, anders zu denken, kann sich Ihre gesamte Zukunft verändern. Sie könnten das Leben Ihrer Träume in Fülle leben und sich großartig fühlen. Reich zu sein bedeutet nicht, dass man krank oder unglücklich ist. Sie haben die Macht, alles zu ändern, indem Sie einfach Ihre Denkweise ändern. Haben Sie schon einmal gehört, dass Ihre Gene alles bestimmen und dass Sie das nicht ändern können? Nun, lassen Sie mich einige Wahrheiten fallen lassen. Ihr emotionaler Zustand spielt eine große Rolle für Ihre Gesundheit. Laut Wissenschaft regeneriert Ihr Körper ständig Zellen. Millionen pro Sekunde. Wenn sich unser Körper alle paar Jahre vollständig erneuert, warum sollten dann Krankheiten fortbestehen? Es ist buchstäblich alles in deinem Kopf. Metaphysik und Quantenphysik erforschen diese Ideen seit Jahren und jetzt beginnt sogar die konventionelle Wissenschaft, sie zu verwirklichen. Sie wurden darauf programmiert, mit Kämpfen und Misserfolgen zu rechnen, aber hier ist die Wendung. Sie können sich selbst umprogrammieren. Ja, es geht darum, Ihr Ego zu überwinden. Sobald Sie dies tun, öffnen Sie Türen zu unglaublichen Dingen, großartigen Beziehungen, viel Geld und einem Universum an Möglichkeiten. Jemand anderen zu überzeugen, ist eine Sache, aber die eigentliche Herausforderung besteht darin, den eigenen Verstand zu überzeugen, insbesondere den hinterhältigen Teil des Unterbewusstseins. Ihr Unterbewusstsein hält alle Antworten bereit. Es ist wie ein Supercomputer, der Sie beispielsweise zur gewünschten Zeit aufwecken kann, ohne dass ein Alarm erforderlich ist. Es ist unglaublich, aber es funktioniert. Denken Sie jetzt ans Schlafen. Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens in diesem Zustand. Und es handelt sich um einen aktivierten Auflademodus. Wenn Sie mit negativen Gedanken schlafen gehen, wachen Sie launisch und entmutigt auf. Gut schlafen ist nicht nur wichtig, es ist wesentlich für die Transformation, die wir anstreben. Um glücklich und optimistisch zu bleiben, ist es wichtig, die Kraft der Träume zu verstehen. Träume sind die Art und Weise, wie Ihr Gehirn Ihnen im Schlaf Hinweise gibt. Hatten Sie schon einmal solche Momente der Klarheit in einem Traum? Ja, das passiert vielen von uns. Ihr Unterbewusstsein ist wie ein Ninja. Es schläft nie. Wenn Sie sich in diesem entspannten, empfänglichen Zustand befinden, sind Sie völlig offen für alles, was Ihnen in den Weg kommt. Und rate mal, wann er am empfänglichsten ist? Genau, bevor Sie einschlafen. Deshalb träumen wir oft davon, was uns durch den Kopf geht, bevor wir einschlafen. Während Sie schlafen, ist Ihr Körper außerdem damit beschäftigt, heilende Schwingungen freizusetzen, sodass Sie erfrischt aufwachen und bereit sind, den Tag zu meistern. Wir sind oft mit Schularbeiten, dem Tagesablauf und Arbeitsterminen beschäftigt, doch kurz vor dem Schlafengehen erleben wir einen besonderen Moment. Dies ist die Zeit, in der Sie all Ihre Sorgen vergessen und an gute Dinge denken können. Es ist wie ein magischer Moment. Wenn Sie dies jeden Abend tun, kann es einen großen Unterschied machen. Vertrauen Sie mir. Ich habe es versucht und es funktioniert. Lassen Sie es uns aufschlüsseln. Neville Goddard und Jesus hatten etwas Weisheit über Vorstellungskraft und Gebet mitzuteilen. Im Grunde geht es nicht nur ums Denken, sondern auch ums Fühlen. Jesus sagte, Wenn du betest, glaube daran, dass du bereits erhalten hast, worum du bittest, und es wird geschehen. Was bedeutet das also? Erstens. Wenn Sie sich Ihre Träume vorstellen, denken Sie nicht nur an sie, sondern visualisieren Sie sie, als würden Sie einen Film in Ihrem Kopf ansehen. Und hier ist das Geheimnis. Tun Sie so, als hätten Sie bereits, wovon Sie träumen. Seien Sie glücklich. Legen Sie jeden Groll beiseite und leben Sie, als ob Sie bereits alles hätten. Es geht nicht nur darum, wie Sie sich fühlen. Es geht darum, diese Gefühle zu nutzen, um sich vorzustellen, was man will. Immer noch verwirrt? Keine Sorge. Wir erklären es Schritt für Schritt. Nehmen Sie ein Notizbuch und erstellen Sie eine Liste aller Dinge, die Sie sich im Leben wünschen. Halten Sie sich nicht zurück. Träumen Sie groß. Ordnen Sie sie vom Wichtigsten zum Unwichtigsten. Lesen Sie also Ihre Liste und stellen Sie sich alles so vor, als ob es bereits passieren würde. Wenn Sie beispielsweise geschrieben haben, dass Sie sich ein großes Haus wünschen, stellen Sie sich vor, wie Sie im Garten entspannen und stolz darauf sind, dass sich all Ihre harte Arbeit ausgezahlt hat. Sie können dies mit allem tun, was Sie wollen, sei es ein Traumjob, eine besondere Person oder das, was Ihnen am wichtigsten ist. Drehen Sie also eine Stufe höher und stellen Sie sich vor, Sie würden dies so erleben, als ob es gerade jetzt passieren würde. Wenn du vor dem Schlafengehen nur ein paar Ziele erreichen kannst, ist das in Ordnung. Dein Gehirn weiß, was dir am wichtigsten ist, auch wenn du es tagsüber vergisst. Lassen Sie uns über die beiden kraftvollen Worte sprechen, die wir zuvor erwähnt haben. Dr. Joseph Murphy, das Genie hinter der Kraft des Unterbewusstseins, verfügt über eine Killertechnik. Er erklärt, dass Sie durch die Verwendung dieser beiden Wörter vor dem Schlafengehen Ihr Unterbewusstsein so programmieren, dass es zu Ihren Gunsten arbeitet. Dies kann Ihre Träume in die Realität umsetzen. Wählen Sie zwei Wörter, die das darstellen, was Sie sich im Leben am meisten wünschen. Nehmen wir an, Sie suchen Liebe, viel Geld und gute Gesundheit. Wählen Sie Wörter wie Liebe und Reichtum oder Gesundheit und Erfolg. Schreiben Sie diese Worte nun in Ihr Notizbuch, als hingen Ihre Träume davon ab, denn in gewisser Weise tun Sie es. Diese Worte sind der Schlüssel zur Erschließung Ihrer Wünsche. Wählen Sie die ersten beiden Dinge aus, die Sie am meisten wollen und schreiben Sie diese Wörter auf. Sie sind wie Geheimcodes, die Ihre Träume entschlüsseln. Ihr Gehirn nimmt Sie auf, weil Sie mit dem verknüpft sind, was Sie am meisten wollen. Wiederholen Sie diese Worte dann vor dem Schlafengehen, als wäre es ein Zauberspruch. Wiederholen Sie dies so lange, bis Sie einschlafen. Nachdem Sie sich Ihre Träume vorgestellt und Ihre Aussagen gemacht haben, kehren Sie zu diesen Worten zurück. Machen Sie sie zu Ihrem Mantra vor dem Schlafengehen und lassen Sie sich von Ihnen in den Schlaf führen. Befolgen Sie diese Anweisungen jeden Abend und glauben Sie mir, Sie werden einige bedeutende Veränderungen bemerken. Wählen Sie zwei Wörter, die das darstellen, was Sie sich im Leben am meisten wünschen. Nehmen wir an, Sie suchen Liebe, viel Geld und gute Gesundheit. Wählen Sie Wörter wie Liebe und Reichtum oder Gesundheit und Erfolg. Schreiben Sie diese Worte nun in Ihr Notizbuch, als hingen Ihre Träume davon ab, denn in gewisser Weise tun Sie es. Diese Worte sind der Schlüssel zur Erschließung Ihrer Wünsche. Wählen Sie die ersten beiden Dinge aus, die Sie am meisten wollen und schreiben Sie diese Wörter auf. Sie sind wie Geheimcodes, die Ihre Träume entschlüsseln. Ihr Gehirn nimmt sie auf, weil Sie mit dem verknüpft sind, was Sie am meisten wollen. Wiederholen Sie diese Worte dann vor dem Schlafengehen, als wäre es ein Zauberspruch. Wiederholen Sie dies so lange, bis Sie einschlafen. Nachdem Sie sich Ihre Träume vorgestellt und Ihre Aussagen gemacht haben, kehren Sie zu diesen Worten zurück. Machen Sie sie zu Ihrem Mantra vor dem Schlafengehen und lassen Sie sich von Ihnen in den Schlaf führen. Befolgen Sie diese Anweisungen jeden Abend und glauben Sie mir, Sie werden einige bedeutende Veränderungen bemerken. Der Schlüssel liegt darin, die Konsistenz aufrecht zu erhalten. Nehmen Sie sich fünf Minuten vor dem Schlafengehen Zeit und beobachten Sie, wie die Magie geschieht. Denken Sie daran, dass Manifestieren kein Ersatz für harte Arbeit, kluge Finanzplanung oder die Erhaltung Ihrer Gesundheit ist. Es ist ein zusätzlicher Anstoß, der Sie bei der Verfolgung Ihrer Gesundheits- und Wohlstandsziele positiv und motiviert hält. Nehmen Sie sich also beim Ausklingen der Nacht einen Moment Zeit zum Nachdenken. Ich möchte Sie mit einer kraftvollen Erinnerung zurücklassen. Ihre Träume sind zum Greifen nah und alles beginnt mit einem kleinen Ritual vor dem Schlafengehen. Nutzen Sie diese Momente vor dem Schlafengehen, um Ihre Ziele zu visualisieren, für morgen zu planen und Ihre Ziele für die Zukunft festzulegen, die Sie sich wünschen. Sie haben die Macht, Ihre Realität zu gestalten. Zusätzlich zur Wiederholung Ihrer Schlüsselwörter können Sie diese Übung durch andere leistungsstarke Techniken ergänzen. Versuchen Sie, vor dem Schlafengehen zu meditieren und tiefes Atmen zu üben. Dies hilft, den Geist zu beruhigen und das Gehirn darauf vorzubereiten, Ihre Absichten aufzunehmen. Auch das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs kann erhebliche Auswirkungen haben. Wenn Sie jeden Abend drei Dinge aufschreiben, für die Sie dankbar sind, können Sie Ihren Geist auf die positiven Aspekte des Lebens lenken und einen optimistischeren Geisteszustand fördern. Kreative Visualisierung ist ein weiteres wirksames Werkzeug. Nutzen Sie alle Sinne, um Ihre Visualisierungen lebendig und real zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie erreichen Ihre Ziele im Detail und spüren die Emotionen, die mit dem Erfolg verbunden sind. Auch positive Affirmationen sind hilfreich. Erstellen Sie Affirmationen, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind und wiederholen Sie sie täglich, um Ihre Überzeugungen zu stärken und konzentriert zu bleiben. Durch die Erstellung eines Visionboards können Sie Ihre Ziele sichtbar und präsent im Kopf halten. Platzieren Sie Bilder, Wörter und Zitate, die Ihre Träume repräsentieren, an einem Ort, an dem Sie sie jeden Tag sehen können. Dies hilft, Motivation und Konzentration aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus ist es wichtig, auf Ihren Körper zu achten. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und die Gewährleistung eines guten Schlafs unterstützen einen gesunden Geist und erleichtern die Umsetzung Ihrer Wünsche. Umgeben Sie sich mit positiven Einflüssen. Menschen, die Ihre Ziele unterstützen und Sie dazu inspirieren, besser zu werden, können Ihre Motivation steigern und Ihnen die Unterstützung bieten, die Sie zur Bewältigung von Herausforderungen benötigen. Die Verwirklichung Ihrer Träume ist ein fortlaufender Prozess, der Hingabe und Geduld erfordert. Indem Sie die Zwei-Wörter-Technik zusammen mit diesen ergänzenden Übungen anwenden, schaffen Sie eine mentale und physische Umgebung, die dem Erfolg förderlich ist. Genießen Sie jeden Schritt auf dem Weg, bleiben Sie dankbar und machen Sie weiter. Mit Konsequenz und Entschlossenheit werden Sie feststellen, dass dem, was Sie erreichen können, keine Grenzen gesetzt sind. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin verfolgen Sie diese Träume weiter.